Hallo, ich bin Samera Takac. Ich bin 23 Jahre alt. Ich studiere in Dortmund an der FH. 2006 hatte ich einen Sturz. Dadurch bin ich in Corporate Cressions gelebt und auch Wartungspflichtig. Seitdem werde ich von ResMid versorgt. Ich bin sehr zufrieden mit ResMid und ich wohne auch seit einigen Monaten alleine, bin umgezogen von Mäschel der Nachtblüten. Ich werde 14 Stunden von Regisatron Chakra versorgt. Musik 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 Musik